Frau May, wir sitzen hier im Downhill-Tonstudio in München und Sie sind bei den Aufnahmen zum fünften Band der Alpenkrimi-Reihe von Nicola Förk. Was gefällt Ihnen denn an dieser Krimi-Reihe? Die Fälle von Nicola Förk sind immer sehr verankert in die Landschaft und auch sehr authentisch mit der Umgebung Garmisch-Badenkirchen und Oberammergau. Dort, wo es spielt und das, was sie behandelt in all ihren Büchern bisher, war immer sehr aktuell. Alle Themen, die sie aufgreift, sind wirklich brennende Themen, ob das jetzt Krankenpflege ist, ob das Animal Hoarding ist oder in diesem Fall, wo es um toxische Vergiftungen geht, die wirklich keiner kennt und dessen sich keiner bewusst ist, der Bionahrung zu sich nimmt. Und außerdem mag ich all diese Figuren, die sie beschreibt, so gern, weil die so lebensnah und so gut nachzuvollziehen sind. Immer wenn ich sie spreche, fühle ich mich sehr in den Figuren drin. Und das kommt daher, weil sie es auch wirklich gut beschreibt und die Dialoge sehr lebensnah schreibt. Ja, wunderbar. Da haben Sie ja meine Frage, meine zweite Frage schon fast beantwortet. Ich wollte mal, vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben noch, womit sich denn die Irmi Mangold, die Hauptkommissarin, die ja die Hauptfigur ist in dieser Reihe, in dem neuen Band, das Stille Gift, beschäftigt. Vielleicht haben Sie da so einen kleinen Einblick für uns. Ja, Irmi Mangold ist wieder einem Mord auf der Spur, einem Mord von einem Bauern, der plötzlich verschwunden ist. Und man kommt darauf, dass es sich in diesem Fall handeln könnte um die Herstellung von Gift in Biogasanlagen, die ein Bauer immer mehr entdeckt, die entsteht, wenn Tierkadaver mit in Silo kommen. Dann verbrennen die mit und in einer gewissen Konzentration ergeben die eine ganz, ganz, ganz giftige Konstellation, die dann wiederum auf unsere Wiesen geschüttet wird. Und das ist ein Thema, das die Nikki Ferg besonders interessiert, nämlich auch, dass unter dem Deckmäntelchen Bio etwas steckt, wo man sich vielleicht auch mal Gedanken machen sollte. Wunderbar, das klingt ja spannend, aber auch, wie sagt man, aufregend schon, gell? Ich gehe mal davon aus, dass die Hauptfigur Irmi Mangold Ihnen schon irgendwie ans Herz gewachsen ist. Gibt es denn darüber hinaus noch Charaktere, die Sie besonders mögen? Und gibt es auch welche, die Sie vielleicht so gar nicht mögen, aber die doch immer wieder vorbeikommen? Also die ganze Mannschaft im Kommissariat, die mag ich eigentlich alle. Da ist mal die Irmi, Irmi Mangold, also meine Figur. Und da denke ich, das ist eigentlich eine Inkarnation von mir. Ich freue mich auch, dass die Nikola Föck mich dafür ausgewählt hat. Und wir versuchen es auch gerade auch als Fernsehspiel oder als Reihe zu installieren. Das ist eine Frau, die mit viel Herz, die alleine lebt, einen Lebensgefährten hat, der ihr auch viel unter die Arme greift oder mit dem sie immer wieder telefoniert, aber der nicht wirklich eingreift in den Fall immer, der immer nur so eine Art Gedankenaustausch mit ihr treibt am Telefon oder den sie mal trifft und zu bestimmten Dingen befragt. Aber der ist ein guter Spiegel. Es ist aber eben nicht so viel Privatleben drin, dass es wieder den Fall aufhält. Das gefällt mir auch ganz gut, dass das Privatleben mit dem Bruder, der auch einen Bauernhof hat, jetzt nicht den Fall stört. Dazu hat sie eine sehr quirlige, junge, frische Kollegin, Kathi, die eben immer schneller raussprudelt, nicht so lange überlegt, wie Irmi manchmal richtig liegt, aber manchmal falsch. Und noch eine, die so ein bisschen das Ganze neutralisiert, das ist Andrea, die kommt auch aus einem Bauernhof, ist langsamer, denkt auch ein bisschen mehr nach, auch ein junges Mädchen, aber die ist so mehr oder weniger, wenn die beiden sich hakeln, die Irmi und die Kathi, und das kommt schon mal vor, dann ist sie so der Ruhepol im Kommissariat. Dazu gibt es noch zwei Männer, Sepp und Seiler, die mag ich auch, die sind handgestrickt aus dem Bayerischen und handfest. Ja, die tun ihre Arbeit, so gut sie können. Und dann gibt es noch den Pathologen Hans, der ist ein bisschen ruppiger im Ton, der ist eigentlich von der ganzen Mannschaft derjenige, der so ein bisschen eigen seine Wege geht und nicht so viel redet und sich meistens ein bisschen kackelt eher, weil er wieder arbeiten muss. Sagen wir mal, der vielleicht, wo man denkt, der ist jetzt in der Familie, der unsympathisch will ich nicht sagen, aber dem man vielleicht am wenigsten, beim Lesen mache ich den immer ein bisschen kühler, diesen Menschen. Aber er gehört irgendwie auch dazu. Aber er gehört auch dazu. Also diese ganze Familie mag ich eigentlich. Und wenn ich jemanden nicht mag, sind es meistens die Charaktere, die sie sehr gut auch immer beschreibt, die Geldgierigen oder die Hintertriebenen, die auf jeden Fall für ihren Vorteil irgendetwas machen wollen. Ob das jetzt im stillen Gift eben die Bauern sind, die versuchen in dieser Machenschaft von Bürgermeister, von Honorationen des Ortes, die versuchen bestimmte Dinge zu vertuschen, die Großkopfertten, die kann man auch so lesen, dass man sie nicht. Die Spätzlwirtschaft, die mag ich natürlich nicht so gerne und versuche sie immer ein bisschen so zu lesen, dass man das auch hört, dass ich die nicht mag. Im Gegensatz eben zu den Personen, die ich mag. Und wenn man den Stoff kennt, und natürlich lese ich das Buch, bevor ich jetzt hier die Aufnahmen mache, dann sind meine Sympathien und Antipathien eigentlich schon verteilt. Ich mache das mit verschiedenen Stiften, verschiedenen Farben, auch die verschiedenen Rollen. Und ja, die kühlen Farben kriegen immer die Personen, die ich nicht so mag. Und die warmen Farben, also Rot, Orange, Gelb, kriegen die, die ich mag. Und so weiß ich dann immer gleich auch, wenn ich es lese, ah, das ist jetzt der, den mag ich gar nicht. Und da wird er dann von meiner Stimme ein bisschen karger bedient. Ja. Ja, wunderbar. Da danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns da auch noch einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß jetzt bei den Aufnahmen und dann natürlich viel Erfolg für das Hörbuch Nicola Förk, Das stille Gift. Dankeschön, Frau May. Danke sehr und viel Spaß beim Hören. Vielen Dank.